Gesund und schlank mit betreutem Krafttraining In der heutigen Zeit ist der Mensch sowohl beruflich als auch privat geprägt durch mangelnde körperliche Bewegung. Durch fehlende Muskulatur und schlechte Körperhaltung sind Rückenprobleme sowie Übergewicht daher die häufigsten Ursachen. Das Rücken- und Figurzentrum in Chaimed Graz hat dazu einen Informationsabend angeboten, um auf die große Bedeutung des regelmäßigen Muskeltrainings aufmerksam zu machen. Der Grund liegt auf der Hand. Wir wollen eigentlich das Krafttraining der Bevölkerung zugänglich machen, die noch nie irgendeinen Ansatz zum Sport gehabt haben. Es ist einfach das beste PETA-Aging-Mittel. Wir müssen unsere Muskulatur ein Leben lang fit halten. Und um gesund zu sein, ist es notwendig, eine gewisse Zeit des Tages für Bewegung nicht aufzuopfern, sondern lustvoll zu genießen. In Chaimed bietet sowohl in Puntigam als auch in Wetzelsdorf kompetente Beratung und umfassende Betreuung. Beim ersten Besuch erstellen wir mit unseren Kunden ein Gesundheitsprofil. Das heißt, er wird einmal durchgecheckt, es wird eine ausführliche Anamnese gemacht und dass wir einfach mit ihm optimal die Trainingseinstellungen machen können. Der entscheidende Faktor ist die Betreuung durch qualifizierte Trainerinnen und Trainer. Nur dann ist gewährleistet, dass richtig trainiert wird und der gewünschte Effekt auch tatsächlich eintritt. Regelmäßiges Krafttraining ist für das Gesundheitszentrum mehr als nur Figurtraining. Je mehr Muskulatur man hat, desto mehr kann man auch Energie verbrennen beim Schlafen, beim Sitzen, beim Nichtstun. Also viel mehr als beim Ausdauertraining. Deswegen ist es einfach wichtig, wegen Abnehmer und Figur, dass man die Muskulatur im Vordergrund stellt. Ernährung ist wichtig, Ernährung ist ein wesentlicher Teil. 30% Ernährung, aber 70% ist die Bewegung und die angeleitet ist der effizienteste Weg zum Erfolg. Für Fußballprofi Mario Haas ist Krafttraining ein fester Bestandteil. Die Betreuung dabei hat für ihn oberste Priorität. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir Profisportler haben betreutes Training eigentlich, weil wir unseren eigenen Konditionsrainer haben, den Walter Niederkopfler. Und der unterstützt uns ja sehr gut. Und ich glaube, für jeden Nichtsportler ist es ganz, ganz wichtig, dass man einen betreuten Trainer hat. Gerade mit steigendem Lebensalter ist das Krafttraining von hoher Bedeutung und trägt effektiv zu mehr Vitalität im Alltag bei. Andrea Schwinzerl ist der lebende Beweis. Ich habe es geschafft, 40 Kilo abzunehmen. Ich habe viel mehr Kraft. Ich kann zu Hause beim Haus wieder alles Mögliche machen, was früher absolut nicht möglich war. Es ist einfach toll und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich damit wieder aufhöre. Sie wird sicher lebenslang bei uns bleiben, das hat sie mir schon gesagt. Auf jeden Fall möchte sie, glaube ich, noch zwei bis drei Kilo. Das Wichtigste ist auf jeden Fall, das Gewicht zu halten und da ist das Krafttraining unerlässlich. Durch regelmäßige Erneuerung des Trainingsinhalts wird der Plan an die individuellen Fortschritte und Ziele angepasst. Mit professionellen Betreuern des Inchai Med ist dafür gesorgt, dass auch die Motivation dabei nicht verloren geht. Ich kann nur das Team, das mich betreut hat, empfehlen. Im Inchai West, sie gehen wirklich auf deine individuellen Bedürfnisse ein. Und der Rat an alle anderen ist, man muss selber die Entscheidung treffen. Dann wird man irgendwie süchtig, dann sieht man schon den Erfolg und dann gibt es nichts mehr zum Durchhalten. Dann hat man sich umgestellt und macht es echt Spaß. Machen Sie keine Kompromisse, wenn es um Ihre Gesundheit geht und feiern Sie mit. Zum zehnjährigen Jubiläum von Inchai Med nutzen Sie jetzt die Chance und testen Sie zwei Wochen unverbindlich um 39 Euro. Bis zum nächsten Mal.